Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Gesetz schaffen wir ja neben vielen kleineren, teils redaktionellen Änderungen auch die Grundlage zur Anerkennung von Gruppen. Aber wir ändern eben auch durch den Änderungsantrag, den wir interfraktionell hier stellen, die Höhe der Mitarbeiterpauschale und der Geldleistungen für die Fraktionen. Und mit diesem Punkt möchte ich auch gerne beginnen. Unsere Aufgabe als gewählte Abgeordnete, als Landtagsabgeordnete, ist die Verabschiedung von Gesetzen und es ist die Kontrolle des Handelns der Landesregierung. Genau so ist die Aufgabenbeschreibung von uns Abgeordneten in der nordrhein-westfälischen Landesverfassung. Wir erarbeiten parlamentarische Initiativen, wir bewerten die Gesetze und Vorlagen der Landesregierung. Aber als gewählte Vertreterinnen und Vertreter der Menschen in Nordrhein-Westfalen diskutieren und erläutern wir unsere Entscheidungen, die wir hier im Landtag treffen, eben auch mit den Menschen in den Wahlkreisen und vor Ort. Und von dort nehmen wir eben auch die Anliegen und die Sorgen und die Themen der Bürgerinnen und Bürger auch, um mögliche Lösungen zu finden. Und es gibt zu Recht eine Erwartungshaltung eben auch vor Ort gegenüber uns Abgeordneten, die wir zu erfüllen haben und die wir erfüllen wollen. Aber wir alle wissen auch, dass genau diese Aufgaben niemals alleine zu stemmen wären. Ohne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten wir diese Aufgaben so nicht erledigen. Und ich denke, dass wir zu Recht einen Anspruch an unsere eigene Arbeit hier stellen im Landtag, dass wir fachlich gut und qualifiziert hier arbeiten, hier im Plenum, aber vor allen Dingen auch in den Ausschüssen und dass wir daneben eben auch vor Ort in den Wahlkreisen präsent sein wollen. Und ich glaube, dass die allermeisten von uns genau diesen Anspruch haben und diesen Anspruch erfüllen wollen. Und wenn wir diesen Anspruch haben und auch in Zukunft diesem Anspruch gerecht werden wollen, dann brauchen wir auch die entsprechende Ausstattung und die entsprechende Zuarbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir erleben ja tagtäglich hier bei unserer Arbeit, dass die Anforderungen an die Parlamentsarbeit zunehmen und dass sie auch komplexer werden. Das liegt an zusätzlichen Aufgaben, das liegt an zusätzlichen Herausforderungen auf Landesebene. Die Beispiele sind ja bereits genannt worden. Das Thema EU, aber auch zum Beispiel die Übertragung von Bundeszuständigkeiten durch die Föderalismusreform an das Land. Und diese zusätzlichen Anforderungen, die ergeben sich ja nicht nur für die Landesverwaltung, für die Ministerien, sondern das wirkt sich natürlich auch das Parlament aus und auch seine Abgeordneten. Und wenn wir unsere Kontrollfunktion angemessen ausüben wollen, und ich denke, das wollen wir, dann müssen wir dem auch gerecht werden und benötigen entsprechend auch die Zuarbeit durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die Mittel, die wir hier beantragen, die Mittel, die wir durch unseren Änderungsantrag beantragen, die sind ja nicht irgendwie ausgedacht oder aus der Luft gegriffen, sondern wir haben eine Systematik gefunden, die sich am Deutschen Bundestag orientiert. Unsere Wahlkreise sind in etwa halb so groß wie die Bundestagswahlkreise und die Entfernung, die bei uns natürlich geringer ist, haben wir ja schon entsprechend berücksichtigt. Und auch wenn man sich den Vergleich mit anderen Bundesländern anschaut, dann kann man zu dem Ergebnis kommen und zu diesem Ergebnis kommen wir hier gemeinsam, dass wir eine angemessene und ausgewogene Regelung gefunden haben, die zu einer Stärkung des Parlaments und der parlamentarischen Demokratie beiträgt. Ich möchte aber auch gerne noch ein paar Sätze sagen zur Regelung, zu den Gruppen, die auch wichtig ist hier in diesem Gesetz. Denn wir schaffen erstmals in Nordrhein-Westfalen eine gesetzliche Regelung zur Anerkennung und zur Finanzierung von Gruppen. Voraussetzung für eine Gruppe ist, dass die Mitgliederanzahl so hoch ist, dass sie Anspruch auf einen Sitz in einem Ausschuss hat. Das ist derzeit bei fünf Abgeordneten in einem 27er-Ausschuss der Fall. Und in der Anhörung ist ja nochmal sehr deutlich geworden, dass der Präsident bei der Entscheidung über die Anerkennung einer Gruppe keinen Ermessensspielraum hat. Das Wort können in diesem Absatz stellt keinen Ermessensspielraum dar, sondern drückt lediglich aus, dass der Präsident eine Zuständigkeitskompetenz übertragen bekommt. Und insofern ist auch der Änderungsantrag der AfD an dieser Stelle schlicht überflüssig. Mit unserem Änderungsantrag regeln wir nun auch die Aberkennung und die Notwendigkeit politischer Ziele sowohl für die Gründung von Fraktionen wie die Anerkennung von Gruppen. Ich finde, dass wir insgesamt mit diesem Gesetzentwurf und auch mit dem Änderungsantrag eine ausgewogene, eine angemessene und auch eine verhältnismäßige Regelung geschaffen haben. Herzlichen Dank.